In den USA hat Hurricane Helene im Südosten des Landes den Behörden zufolge Dutzende Todesopfer gefordert. In den am schwersten betroffenen Bundesstaaten, Florida, Georgia sowie North und South Carolina waren mehr als vier Millionen Haushalte ohne Strom. Der Hurricane war zunächst mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 225 Stundenkilometern südlich der Stadt Tallahassee auf Land getroffen. Auf seinem Weg nach Norden schwächte er sich ab, hinterließ aber dennoch erhebliche Verwüstungen. Häuser wurden zerstört und ganze Ortschaften überschwemmt. Am frühen Freitagnachmittag war Helene dann zu einem Tropensturm mit einer maximalen Windgeschwindigkeit von 55 kmh herabgestuft worden, wie das National Hurricane Center NHC mitteilte. Die durch den Sturm ausgelösten heftigen Regenfälle führten in vielen Gebieten zu katastrophalen Überschwemmungen, sodass Polizei und Feuerwehr in den betroffenen Bundesstaaten zu Tausenden von Rettungseinsätzen gerufen wurden. Helene war für einen Golf-Hurrikan ungewöhnlich groß, so die Meteorologen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017